Guten Morgen, mein Name ist Matthias Atze-Döschner und ich bin nach meiner Fußballkarriere jetzt als Fachmann für Asbest- und Schadstoffsanierung in ganz Deutschland unterwegs. Ab sofort haben wir ein Online-Bestellsystem. Dieses findest du unter www.döschner-shop.de Jeder, der sich registriert, kann jetzt an einer Verlosung teilnehmen. Das sind zwei VIP-Karten für das Bundesligaspiel Dynamo Dresden oder Sie können die ehemalige DDR-Nationalmannschaft bei einem Spiel der alten Herren besuchen. Würde mich sehr freuen, wenn Sie den Online-Shop besuchen würden und danke Ihnen schon im Voraus. Einen schönen Tag.